Okay, das kannst du jetzt nicht mehr. Okay, das heißt, wir brauchen mal Geodouken, was haben wir noch? Was ist das für ein Cooldown? Drei Runden? Pass auf, was passiert, wenn er das Ding mitmacht? Ernsthaft? Das ist aber kein Void Blast. Ich hab nicht das Gefühl, dass das beabsichtigt ist. Das war kein Void Blast, ich hab auch keine Strafe bekommen. Ich verstehe auch mal, warum das weniger Zuschauer gibt, wenn jemand gedaunt wird. Das macht mal ganz echt, das macht die ganze Geschichte spannender. So, wie viel hast du? Wo ist die Reichweite? Okay. Get over here. So, wer ist noch da? Da. 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 Hey, wo ist unser sechster Ranger hier oben? Ich finde es ein bisschen doof, dass wir keine Spezialfähigkeiten haben Komm, triff Ich bin, die Das war's für heute. Spezialattacke, aber dafür nimmt er jetzt gerade gut Damage. Komm, oder auch nicht, egal, da ist alles, was ist alles? So, das hier ist jetzt... Ich meine das gerade, was ich gerade hatte, ne? Die sind nämlich eigentlich ziemlich cool. Ähm... Okay, wir müssten den Charging Skill von dem Boss anscheinend mal interrupten. Ich weiß nicht, wie das geht. Okay. 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 Ich zeig immer das Offensichtliche, deshalb vergessen sie mich immer. Ah, okay. Wie stark sind die? Nicht allzu stark. Aber ist auch mal lustig, so ein Kampf, wo halt nur ein Charakter halt verfügbar ist. Wir hatten ja schon welche, wo Einzelne halt fehlen. Ernsthaft? Und das soll man in acht Runden? Wie schlecht statten die Leute sonst ihren Scout aus? Wo sind die Jaunein? warte die haben alle den warte war der hier ja das er ist es er hat stand resistance oder hat irgendein anderes das auch aber den können wir jetzt nicht erkennen Defeat 10 Enemies naja pass auf nee das funktioniert nicht attack ja okay die haben alle genug aber die haben ja noch defense ne haben sie nicht okay So, jetzt müssen wir das interrupten. Das kann ja er hier, ne? Ne, irgendwie reicht das nicht. Pass auf, was machst du? 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 Ich glaube, wir haben die Fähigkeit zerbrochen. Ich habe gerade nicht darauf geachtet. Könnt ihr vielleicht mal aufhören, alle auf sie zu gehen? Finish it, ja. Achso. Achso, jetzt kann sie sich nicht mal bewegen, ne? Ja. Das war's für heute. Jetzt bekommen wir das ganze Zeug, wo wir es zumindest nicht mehr für den Mekka brauchen. Ich glaube, der Rest ist echt auch ziemlich uninteressant. Was soll ich mit dem ganzen Geld machen? Hm. What? Okay. Und was Neues? Nö. Dann... ... 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